Jetzt habe ich ja alles 50er. Jetzt muss man immer schauen, dass man ein bisschen vor der Politesse ist, damit man all die Menschen, die am Parkier sind und nicht gezahlt haben, oder Parkour abgelaufen ist, dass man die von der Busse bewahren kann. Haben sie gezahlt? Weil sie kommt gerade die Bussen verteilen jetzt. Sie kommt gerade... haben sie gezahlt? Ich lasse ihnen sonst 50 rein, wenn sie wollen. Minus 22. Sie kommt jetzt gleich. Überspringen! Schnell schauen. Das ist der 3er. Ich habe gerade die Zahl. Plus 20. Sie sind nicht drauf. Wir sind privat hier. Und der 6er noch. Das zähle ich gerne. Ein 6er. Minus 1 Stunde. Plus 20. Gut. Gehen wir weiter? Warten Sie mal, machen Sie da bitte noch wissen, was Sie hier machen? Wir zahlen einfach Parkplätze. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Was machen Sie da? Wir zahlen Parkplätze einfach. Nein, wieso? Wieso nicht? Was machen Sie da noch mit dem Mikrofon? Wir sind einfach heute ein bisschen unterwegs. Die Bussen haben wir jetzt verhindert. Wie viele Bussen haben wir schon verhindert? Ja. Die Bussen sind ja fix einkalkuliert, oder? Was denn? Das ist ins Budget einkalkuliert. Wie viel Wert? Sie steht. Oh! Jetzt müssen wir schnell schauen. Oh ja, sie ist am Telefonieren. Ist es verboten, anderen Menschen den Parkplatz zu zahlen? Nicht, oder? Sie kommt. Genau. Oh, der auch. Minus 1 Stunde. Weisst du, ich habe keine Bussen, ich habe kein Geld mehr. Was hast du? Ich habe keine 50 mehr. Ah, jetzt hat sie dort nur einen verwischt. Jetzt ist sie schneller gewesen als wir. Ja, wir müssen jetzt wissen, wo sie halt durchläuft, oder? Wollen wir sie schon fragen? Ich bin mir nicht sicher, ob sie noch mit uns redet, Lilia. Vorher war sie so grumpy irgendwie. Wieso denn? Ich kann es mir auch nicht erklären. Wieso normalerweise hat die Leute immer Freude. Aber in ihrem Fall jetzt weniger. Ich sehe sie auch nicht mit der Luft. Ich sehe sie dort. Oh, es hat mich gerade einer gegeben. Oh, sie kommt hoch. Acht Bussen an 40 St. Kläppen hinter das 300. Oh, jetzt macht er noch einen Fladen dort hinten. Voll innen. Hey, ist voll innen. Sie riefst mir an. Der arme Pfosten. Scheisse. Ich habe die Modi anmachen und du fährst hier in die Pfosten. Dann kann ich mich nicht konzentrieren. So, acht Bussen verhindert. Mal 40-320 St. Kläppen. Ich bin ein guter Mensch, ich gebe es zu. Danke, Cedric. Du hast heute mal die Welt gerettet. Sehr gerne. Zahlt euch Parkour. Sonst muss ich es machen. Bleibt wieder an mir hängen. Und nicht vergessen, wie immer, EZ Magazine unbedingt auch hier auf YouTube abonnieren. Jetzt bist du 1,50 Meter zurück. Danke. Lecker, wie ich heute die Welt gerettet bin. Das wäre, glaube ich. Mal 40-3たよ. vu arthry, diese WoW-Tkmonchen können. Und nach oben vermittelt, Vielen Dank.